Der neue Pandemie-Vertrag wird der WHO und dabei im Speziellen dem WHO-Generaldirektor Tedros Adam und Ghebreyesus Machtbefugnisse einräumen, deren Auswirkungen man jetzt noch kaum begreifen bzw. abschätzen kann. Genau gegen diesen Mann werden nun neue Vorwürfe laut, die bereits zu der Einleitung einer strafrechtlichen Untersuchung geführt haben sollen. Schon seit längerer Zeit werden dem 55-Jährigen gesetzeswidrige Machenschaften als Regierungsmitglied seines Heimatlandes Äthiopien nachgesagt. Die Beweise scheinen sich nun aber verdichtet zu haben. Nach anderen ranghohen Personen wie Ursula von der Leyen, die ebenfalls während der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle gespielt hat, soll es nun auch Tedros an den Kragen gehen. Sexuelles Fehlverhalten und Veruntreuung lauten die Vorwürfe, denen sich WHO-Generaldirektor Tedros Adam und Ghebreyesus nun stellen muss. Schon im Jahr 2022, vor seiner Wiederwahl zum WHO-Chef, wurden ihm von Seiten der äthiopischen Regierung gesetzeswidrige Machenschaften nachgesagt und vorgeworfen. Nun gibt es in diesem Fall Neuentwicklungen. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg eingesehenen Dokumente zeigen offenbar eine strafrechtliche Untersuchung, die von der äthiopischen Regierung gegen den ehemaligen Gesundheits- und Außenminister Äthiopiens und heutigen WHO-Generaldirektor Tedros eingeleitet wurden. Bislang wurde zwar noch keine Anklage erhoben, die jeweiligen Dokumente umfassen jedoch Kontoauszüge, handschriftliche Zeugenaussagen und E-Mails zwischen Ermittlern, Zeugen und Banken und wurden an dafür verantwortliche Justizbeamte und die Bundespolizei gesandt. Zu den Vorwürfen, die Tedros vehement bestreitet und als Schmutzkampagne bezeichnet, gehören die illegale Beschaffung von HIV-Test-Kids und Epidemie-Medikamenten, die eigene Bereicherung durch Verträge des Gesundheitsministeriums und der pharmazeutischen Versorgungsagentur, einschließlich der Annahme von Bestechungsgeldern sowie die Belästigung und Vergewaltigung von Frauen. Damit aber nicht genug, die britische Tageszeitung der Times berichtete in der Vergangenheit von dem schweren Vorwurf des Völkermords, den Tedros zu verantworten haben soll. In seiner Zeit als Außenminister Äthiopiens soll er vor allem zwischen 2013 und 2015 Massenmord und Folter durch seine Sicherheitskräfte unterstützt haben. Der 55-Jährige sei demnach einer von drei bedeutenden Entscheidern gewesen, die unter anderem bewusst über die Verfolgung verschiedener Stämme des Vielvölkerstaats hinweg gesehen hätten. Geht es nach den Vorwürfen, soll nicht nur durch Veruntreuung ein finanzieller Schaden entstanden sein, auch Menschen sollen durch die Machenschaften des WHO-Generaldirektors ihr Leben verloren haben, ganz zu schweigen von den Anschuldigungen der sexuellen Gewalt gegenüber Frauen. Wenn man die Schlagzeilen rund um ranghohe Personen, die teilweise über den Kopf von Milliarden von Menschen hinweg Entscheidungen treffen können liest, entsteht der Eindruck, dass vor allem diese Menschen es mit der Menschheit nicht besonders gut meinen und ihre Machtposition maßlos ausnutzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017